Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Brunelli Premium Subboard. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Subboard Set für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Subboard Set werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Stand Up Paddling ist schon seit einigen Jahren ein sehr beliebter Freizeitsport, vor allem von Leuten, die Natur lieben, die gern Zeit auf dem Wasser verbringen, vor allem natürlich auch bei schönem Wetter im Sommer, da ist die absolute Subboard Hochsaison. Wer da gerne Zeit draußen verbringt, an der frischen Luft, für den kann das durchaus interessant sein. Ich würde Stand Up Paddling nur Leuten empfehlen, die sportlich fit sind und gut schwimmen können. Ob Subboarding überhaupt was für dich ist, könntest du vielleicht auch vorher in einem Stand Up Paddling Kurs ermitteln. Gibt es in jeder größeren Stadt zur Sommerzeit. Preislich finde ich interessant, was dir aus dem Hause Brunelli geboten wird. Wurde ich für ein Subboard Set mit dieser Ausstattung insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Ob es für dich das passende Subboard Set ist, kannst du allein am besten beurteilen. Vorteil von so einem Gesamtset ist, dass du direkt alles an der Hand hast, um mit dem Subboarding loszulegen. Das ist eben so ein Komplettset. Ja, das Aufpumpen dauert auch wirklich nicht so lange. Wenn du weißt, wie das geht, schätze ich mal so 5 bis 10 Minuten ungefähr. Sprich, der Vorteil ist, du kannst es im nicht aufgeblasenen Zustand sehr leicht transportieren. Theoretisch das ganze Zubehör einfach in den Kofferraum packen, dann zum Gewässer fahren und dort eben vor Ort aufpumpen. Wie bereits gesagt, geht relativ schnell. Und ja, dann kannst du dich der Leidenschaft des Subboardings widmen. Wobei ich persönlich finde es deutlich angenehmer, wenn man so nah am Gewässer wohnt, dass man es einfach im aufgeblasenen Zustand dahin tragen kann. Hängt aber ganz klar davon ab, wo man wohnt. Und designtechnisch sieht das auch sehr cool und edel aus, kann sich durchaus sehen lassen. Und ja, klar, ob es dir jetzt designtechnisch gefällt, ist allerdings auch eine Geschmacksfrage. Das sehr leichte Bordgewicht sorgt für schnellere Beschleunigung, leichte Drehbarkeit, Kontrolle und Sicherheit. Und genau, Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Meiner Einschätzung nach ein Premium-Subboard, was sich nicht zu verstecken braucht, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für ein Subboard-Set bezeichnen. Ob es für dich das passende Stand-Up-Paddling-Board ist, kannst du allein am besten beurteilen. Noch ein extra Tipp, vor allem für alle Leute, die anfangen wollen mit dem Stand-Up-Paddling. Du wirst ja sehr wahrscheinlich eine Sonnenbrille verwenden, würde ich dir auch empfehlen. Aber was viele Anfänger vor allem vergessen ist, dass man am Anfang die Balance nicht so gut halten kann. Sprich, du wirst hin und wieder auch mal ins Wasser fallen und da kann es passieren, dass dir die Brille abrutscht und untergeht. Deswegen als Tipp an dieser Stelle, es gibt schwimmbare Brillenbänder, um die Brille zu sichern, beziehungsweise noch andere Möglichkeiten, um die Brille schwimmbar zu machen. Das noch als Tipp, sichert dir vielleicht eine Brille, die ansonsten untergegangen wäre. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Viel Spaß beim Stand-Up-Paddeln. Alles Gute, ciao. Bis zum nächsten Mal.